Hallo und herzlich willkommen zu einer würzigen Runde. Einem der Gnome ist bereits die Flucht gelungen und ein anderer wartet noch darauf, aus der Knechtschaft befreit zu werden. Wie viele wir insgesamt hier ausziehen müssen, das ist mir unbekannt. Werden wir sehen. Müssen wir schauen. So, nächste Anlaufstelle. Das Innere. Der Grimmschmiede. Nachdem ich nochmal auf der anderen Seite drüben war, das schwarze Rechteck auf der Karte lässt meinen inneren Monk nicht zur Ruhe kommen. Außerdem ist es markiert. Umso wichtiger. Wo aber wäre da jetzt der Schalter oder Hebel, den ich übersehen habe? Muss doch in der Ecke sein. Augen auf! Achso! Nehmen wir den! Und da ich wieder für Ordnung in der Tasche gesorgt habe, passt wieder viel hinein. Wie? Keine Rauchpulverversorgung für mich? Das ist alles. Das grenzt doch fast ein Betrug, oder? Schön. Ich nehm's mit. Und in der Truhe? Naja. Geht so. Dann hätten wir jetzt mehrere Optionen. Nummer 1 wäre das Schmiedeeiserne Tor. Nummer 2 hier links die Treppe hinauf. Und war ich da schon? Hatten wir schon einen Wortwechsel? Ich bin doch so vergesslich. Dann wäre ich da Orgard. Go on! Quant ja auch. Quant dich selbst. Was are you looking at? Move! Wieso? Ach, Moment. Eine Sache, die wäre doch noch zu erledigen. Mensch, Gail. Ich habe beim Händler eine Wundertüte bekommen und das war drin. Und damit sollte deine Beweglichkeit auch nicht eingeschränkt sein. Dornenhagel gibt's noch dazu. Und das sieht gut aus. Still alive. So that's progress. Na ja, wenn ich hier nirgends durchkomme und ich nicht an die Waren renn darf. Mit Haste. Schauen wir uns mal hier oben um. Was ist ein Furt wie das in der Unterdark? Tja. Tja. Könnte man so sagen? Ja, doch. Jetzt, wo du's sagst, zählt's auch mir auf. Ähm. Gleich mal dahin, wo es hingehört. Moment. Da na. Läuft hier an mir vorbei. Reinforcements, huh? Let's see how long you last. Bis zum bitteren Ende halte ich durch. Was war das hier für eine Holztruhe? Tafel Docks. Komm in zu ihr Schäden. Lass alles, was übergebracht hat, vergessen. Das lass ich mal so stehen. Noch weiter hinauf. Oh, gut, 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 gut. Tsch. Ich kann nicht mit dir so nahe fokussieren. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie geil mir das ist. Wenn du wüsstest, was ich so auf dem Kasten hab. Und dann hauch ich dir halt in den Nacken. Dann wollen wir mal schauen, was ich tun kann. Na gut, was soll ich mir anschauen? The rock, the rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see. And be thorough. Ruinen, Schutt, Schrott, Grüll, kleiner, große Steiner. Was bringt am meisten? Hm. 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 Dann wollen wir das Gebiet mal auf versteckte Kuriositäten untersuchen. Hm. Hm. Da hat er sich wohl getäuscht. Nothing odd catches your eye. Als er dachte, ich hätte scharfe Augen. Ach, vielleicht hätte ich vorher mal die Brille aufsetzen sollen. Hm. Dann schauen wir uns doch mal die Trümmer etwas genauer an. Navel Soxten. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor, many split cleanly in two, yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big. What do you think? Oh, I don't know if you want to hear that. What's happening in my head? Maybe we'll find out more. Check out the statue of technique and composition. The statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Anything standing out? Yes, the rubble. Oh, it was a great beast that tore these walls down. I should have known. The statue is newer than the fortress you say. So obvious in hindsight. Alas, you've left me with more questions than answers. My survey continues. Ah, ha ha. Da siehst du mal, wie's mir andauernd geht. Denn du kommt was Neues hinzu. Aber lass mal das Thema wechseln. Ich sehe, du hast da hinten ein paar schöne Sachen auf dem Tisch liegen. Zeig doch mal. Let's see what you've got. Ach, guck. Der hat ja infernalische Legierung. Moment. Ist das jetzt was anderes? Ist das besser? Die Krater in diesem Metall leuchten schwach und ziehen deinen Blick auf sich. Je länger du das höllische Pulsieren betrachtest, desto weniger weißt du, wer oder wo du bist. Als wäre mir das jemals klar gewesen. Hm. Ich nehme es mal mit. Ach, lass doch mal. So rum. Hm. Nichts von Interesse... ...in der Auslager. Ich schulde. Das siehst du richtig. Das ist doch noch aktiv. Genau. Das ist doch noch aktiv. Und ich habe auch bereits etwas über ihn gelesen. Und ich habe auch bereits etwas über ihn gelesen. Du meinst du, Kaderigturm... ...den Kommandanten... ...der dunklen Justitiare? Hm. Hmm. Mighty Elf, cloaked in darkness. Ten Masters ago, and ten more. But I remember. There was the Work and the Blood. There was the Thorm's army. There was the Hellbeast that broke them. The Catharic Thorm's name faded into stone until the near came. Ja, dann hat also die Höllenbestier einmal hier durchgefegt. Hmm. Übrigens, ein beeindruckendes Gedächtnis. Wie alt bist du genau? I outlived my mother and her mother's mother and many mothers beyond. Blessed to see many live. Cursed to see many die. Ja, alles hat sein Gutes und Schlechtes. Welches Höllentier kann Cateryx Armee vernichtet haben? Muss ja ein Uschi gewesen sein. I saw tusks and flesh. Smelled fire and eggs. It came with the mask men. Crashing and smashing. Aber das ist lange her. Was hat Nera mit Cateryx zu tun? I know not. So I say not. Yet I hear his name again. Said by the shadows. Dann werde ich dich nicht weiter stören. Aber dich schon. Oh. Und dann so kurz angebunden. Was für mich? Schwere Truhe. Irgendwo ganz dahinten. Kommt später. So. Ich sollte meinen Schritt bemerken. Ein langer Weg zu gehen. Oh. Decke ich ihn auf? Nicht, dass der mich auf die Hörner nimmt. Oh. 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 Those two still talking. Yep. Korrekt. Let's get going. Nur dein Unschiss. Oh. 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 Komm ich da auch auf anderem Wege noch hin? Ja. Bestes bin ich an meinem Weg. Ach. Wo ich gerade so Pilz lese. War da nicht auch noch? Ach, jetzt sehe ich gar nicht. Verdammt. Jetzt sehe ich die Kolonie gar nicht. War da nicht auch noch ein Exemplar, was die Dame und der Herr haben wollten? Ich erinnere mich ganz dunkel dran. Was klebt da so auf dem Boden? Beschädigte dunkler Justiziarrüstung. Netter Style. Auch wenn das Metall der Rüstung im Laufe der Zeit angelaufen und das Leder aufgeplatzt ist, leuchtet Charles' heiliges Symbol auf dem Brustpanzer immer noch in ewigem schwarzen Glanze. 13. Und nichts weiter für den Kleiderschrank. Tagebuch des dunklen Justizians. Da hätten wir doch den Bonus. Antwort der Nachtsängerin. Bewirkt 1-4 nekrotischer Schaden bei Angreifern, die den Träger mit Nackermangriffen treffen, solange er von Schatten verschleiert ist. Aha. Als du die Skeletons schaust, merkst du, dass sie alle in der gleichen dunklen Armour sind. dunkle Justiziarrüstung? Ja, das ist mir schon durch den Kopf gegangen. Ich wollte es nur nicht ansprechen. Ach. Your wicked heart won't mourn. Deaths are to be celebrated. Everyone. Was? Ahem. Ahem. Na ja, dann. Hm. Ich sag mal so. Ihre Mörder haben sich mit einer mächtigen Göttin angelegt. Still. If whatever managed to murder a group of Sharan's is still around, we had better watch our step. Ich bin voll dabei. Ich bin sogar scharf drauf, die zu treffen. Oh, Astarion. Keep your distance, darling. Go. Komm, hol die Dietrich einmal raus. With pleasure. No time to rest. Mhm, 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 mhm. This crossbow is too well designed to be made by Dwergar. Wieso? Wir haben das wohl nicht drauf, sowas zusammenzubasteln. Keine begabten Handwerker. Keine begabten Schmiede. Okay. This again. Don't waste a step. Kleder doch drüber. Oh, warum auch drumherum laufen? Wäre ja viel zu einfach. Da war doch noch ein Buch. Da wollte ich doch noch drin blättern. Zyklus 40. Ich weiß, dass es verboten ist. Die Gemächer der Inquisitorin zu betreten. Doch ich konnte nicht anders. Hat Meister Ketterig uns nicht befohlen, jedes mögliche Werkzeug zu nutzen, um Scharsrivalen zu besiegen? Und wenn Sibyl das Amulett hätte geheim halten wollen, so hätte sie es wohl sicher besser versteckt. Zyklus 42. Das Amulett hat mir eine Macht geschenkt. Eine Energie, die ich noch nie erlebt habe. Solche Macht ist mir neu. Und solche Freude. Ständig muss ich lächeln. Zum Vertrost der anderen. Zyk... Zyklus 45. Es ist vollbracht. Der dunklen Herrin sei Dank. Sibyl riss mir das Amulett vom Hals und warf es in die Lava, als sie mich haltlos vor Gelächter fand. Der Ersinn ist vorüber. Doch ich kenne meine Strafe noch nicht. Sibyl ist nicht für ihre Möder mit Dieben bekannt. Oh, oh, oh. Welches Amulett? Finde ich das noch? Ich hoffe doch. Über Faulheit, Völlerei und Sünden. Erdulden! 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 So befiehlt es Meister Laduguer. Erdulden! Ruft es, wenn euer Hammer auf Gestein trifft. Erdulden! Ruft es, wenn eure Axt gegnerische Schädel aufspaltet. Erdulden! Ruft es, wenn euer Stock auf den Rücken eurer Sklaven auftrifft. Es ist unsere Pflicht und unser Segen, schwere Arbeit zu leisten. Schwere Arbeit ist die Belohnung, die wir unseren Söhnen und Dienern gewähren. Doch Vorsicht vor dem schlimmsten Feind harter Arbeit, der Geisel, die uns und die Unsrigen verwundet, dem Humpen. Nicht nur Bier fließt aus ihm heraus, sondern Trägheit, Völlerei und Gedanken, die nicht bei der Sache sind. Der Säufer ist der Müllstein am Hals des Clans. Zu schwer zum Tragen, zu faul, um einen Beitrag zu leisten. Werft ihn in den Dunkelsee, lasst ihn auf den Boden sinken und ruft noch einmal, erdulden, erdulden. Ach ja, und zum Schluss, erdulden. Was ein Ausblick. Da muss ich mal ganz kurz. Nur mal fix. Oh ja. Da kommt ein bisschen was auf uns zu. Wenn ich das wirklich alles betreten darf. Das natürlich vorausgesetzt. Laufen wir doch gleich mal hier entlang. Wie wäre es damit? Nicht abrutschen. Nicht abrutschen. Wäre mir lieb. Na komm schon. Zwei Versuche noch. Ich bin dafür, dass alle anderen ein bisschen Abstand halten. Sonst meckert die Versicherung. Ah! Easy. Ah! Genau. Mach doch den Fehler. Kann ich jetzt noch abbrechen? gut. Hat keiner gesehen? Hat keiner bemerkt? Der echte Blitzi-Funkelwand? Nee. Wirklich. Der Blitzi. Oh. Mit Blitzaura. Ich geh kaputt. Ich habe einen langen Weg dahin. Wenn nicht überrascht, dann überrascht. Wenn nicht überrascht, dann überrascht. Warte mal. Komm ich da wieder hoch? Raus? Ach so. Das war ja das Boot. Bin wieder komplett verwirrt. Überrascht. No, open. Englisch? All that brawn and their trembling like leapes. Tr modelling like want? Leaves? Erdenmeister Skorjall, Grunddrill und Morgia. Moin! Tja, das ist dein Problem, nicht meins. Durga bitten Zwerg um Hilfe, dass ich das noch erleben darf. Keep this between us or you'll never see another day. Got it? Something spooks the dumb shits. So stop your join and get to work in. Hm... Überlastet das Meer. Ich zeige den O.D., wer hier das Sagen hat. Aber bevor ich das tue, eine kleine Frage hätte ich noch. Was liegt hinter den Trümmern? Du hast keine Möglichkeit, zu wissen, und ich habe keine Möglichkeit, zu erzählen. Also geh zu Caning oder zu leave ihn. Na komm, rück raus. Wenn wir es jetzt wegräumen, dann sehe ich es doch sowieso. Vielleicht brauche ich dich auch gar nicht. A slight glint catches your eye. Aha, aha, aha. Was haben wir denn da auf dem Boden liegen? Oh, ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Hm. Das bind ich ihm jetzt aber nicht auf die Nase. Oder? Hm. Kein Stress, kein Stress. Na gut, dann, alle Mann, aus dem Weg. Ich kümmere mich um die Route hin. Na, wenn ich das tue, dann wird's ja aber ein bisschen warm. Und außerdem muss man ja nicht immer Gewalt anwenden. Vielleicht klappt's auch mit einem Gespräch. No more. No more pain, no more work. All must die. Die anderen schon. Meine Gruppe nicht. Hm. Das wäre schon feuerlich, wenn sie sich gegen ihre Meister wenden. Aber ich hätte schon ganz gern, dass sie den Schutt noch wegräumen. Was hat dich denn so erschreckt? Aller Tod. Feuer. Ich kann es riechen. Es ist zu viel, zu viel... Angst! Ich kann es nicht inhalten! Hm. Macht mich jetzt nicht unbedingt klüg, oh. Ach. Atme. Ganz ruhig. Tief. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Jetzt konzentriere dich, sonst töten deine Herren deine Härte. Wollte ich nur mal so erwähnen. Geht. Geht. Geht nur eins. Und dann das. Och. Was ist denn hier los? Lies. You're just like them. With their kings and shouting. No more. Ja. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Ja. Müssen wir es dann kaputt kloppen? Ich wolle da doch nichts böses. Aber jetzt müssen sie weg. Es tut mir ja... ... furchtbar traurig. Aber jetzt müssen sie weg. Es tut mir ja... ... furchtbar traurig. Was? Jetzt schieb mir noch die Schuld in die Schuhe. Jetzt ranzt mich mal nicht so an. Diese Biester sind durchgedreht. Einfach so. Shit for brains. All that adamantine within reach. You done screwed me over. Nicht unbedingt. Was? How do people do this all day? Oh, 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 oh. Das dürfen die anderen aber nicht mitbekommen. Unschön. Mitten im Gefecht gelandet. Hm. Dann lutsch doch gleich mal an. Grunddrill. Grunddrill, meine ich. Ah. Ich glaube, der hat es verdient. Durchbohren werde ich dich... Oh, 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 oh. Lass mich ihre Opa den Reise vorlesen. Oh, 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 oh. Wie groß wäre denn da so der Bereich? Nee, da erwische ich doch den armen Astrarion. Können wir nicht tun. Dann einen dicken, fetten, senkenden Strahl. Fände ich ganz in Ordnung. Hehehe. Direkt zurück an den Absender. Wer wird den Schwanz denn einziehen? Keine Ehre. Komm schon, komm schon, komm schon. Das hat doch genau gepasst. Wie berechnet. Wir könnten sogar noch mal diesen hier machen. Das kleine Gebrüll wird dir auch nicht helfen. Denn da kommt jetzt ein lenkendes Geschoss. Oder müssen wir unbedingt Zauber verschwenden? Geht doch eigentlich auch. Na klar. Geht auch. Mit der schönen Kläfer. Na ja. Ich würde sie ja ganz gern nach unten stoßen. Aber zu tief komme ich nicht mehr ran. Da wäre die Beute verloren. Wollen wir doch nicht. Das hat schon was. Diese Raserei. Aber damit ist es auch gleich vorbei. Kältestrei. Im Vorteil bin ich wohl nicht. Ja, man wird ja mal nachfragen dürfen. Hm. Was gibt es jetzt? Kältestrei. um die dame abzukühlen genau das richtige ich weiß ich weiß es geht besser es geht schöner es geht brutaler aber so lange es funktioniert und jetzt ziehe ich mich zurück und auf sie oder beschäftige ich ihn weiter kommt 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 einmal muss sein das drückt lässt ja einen lebenspunkt übrig bevor du noch mal zum zukunft schön drumherum du hast passt 17 hat sie noch ist ja gut bleib doch bei deinem normalen angriff du bitte noch mal mit eis wie viel schlag du traust dich was Zeit um meine Glück wieder schweig tief und schweig zerfleischen nicht mehr notwendig eigentlich tja da wird es mal ganz kurz knapp und auf wiedersehen interessiert mich doch nicht jetzt die frage bevor ich da blindere und so hat es jemand bemerkt hat es jemand gesehen ach schön da darf ich noch mit euch reden super sache dann zurück einstecken was mir freundlicherweise überlassen wurde und dann müssen wir mal schauen ob und wie wir da jetzt durchkommen wir sind hier geschützt kein auge ist auf uns gerichtet also klar wieder überladen jetzt noch zum schluss mensch 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 adamant schlacker korrekt bemerkt sherlock ja also immun gegen hebschaden zu robust habe ich doch gewusst jetzt hat niemand mehr eine größere klinge er sei nicht mehr dabei klar ich könnte es mit dem rauchpulver versuchen aber ob das wirklich so viel bringt die moon da war jetzt gar nichts zu sehen bitte nochmal der schwung ging durch die ganze stange da stehe tja sehe ich jetzt da was natürlich darfst du auch nochmal versuchen mit deinem kleinen stab da bitte hinten anstellen ach was machte denn bumm womit drehen wir die steine um das ist doch weit genug weg müsste man meinen müsste man meinen dann werf du es mal da drauf und dann zünd es an stück könntest du noch nach hinten stück könntest du noch nach hinten stück könntest du noch nach hinten na na hm genau zwei stück braucht man genau zwei stück hatte ich gefunden das zündet nicht gleich hat doch noch gebrannt oh ja hat jemand was abbekommen sieht nichts aus und falls doch mir egal aus ho 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 schönes ding schon wohin uns der weg da führt das schauen wir uns erst in der nächsten Folge an wieso ist eigentlich sie die einzige die ein stufen Aufstieg hat äh keiner hat mich mit rage Und außerdem bekommt er ja noch ein bisschen Heilung. Das gehen wir jetzt noch durch. Die ist für mich. Meine Füße wird mich geholfen. Meine Kleine. Da kommt er noch. 4 bis 11, 5 bis 19. Passt. Na, aber sowas von. Gut, gut, gut. Ich gebe mich geschlagen. Machen wir den Stufenaufstieg auch noch. Erledigt ist erledigt. Dann ist aber wirklich Schluss. Klassenmerkmale. Neuer Zauberplatz und göttliche Macht fokussieren Ladungen 1. Müssen wir was tauschen? Wie lange hält eigentlich die spirituelle Waffe? Steht jetzt nichts von Zügen da. Oh, oh, oh. Ach, nö. Bleiben wir dabei. Bevor ich mich wieder verzettele. Geht. Geht schon klar. Und damit Okay, ja. Geht. Wären wir am Ende angekommen. Und so sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo da gelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut. Macht's besser. Und dann ist das so. Und dann ist das so. Und dann ist das so. Und dann ist das so.